Der libysche Diktator ganz privat. Gaddafi als liebevoller Großvater. In dem Zelt auf seinem anwesenden Tripolis spielt er mit der Tochter seines Sohnes Saadi. Das nun veröffentlichte Home-Video stammt vermutlich aus dem Jahr 2005 und zeigt Gaddafi im Kreise seiner Familie. Mit seinem Sohn Saadi, Saadis Frau und Kinan. Stolz präsentiert die Familie den Enkelsohn am Computer. Gaddafi entspannt sich auf dem Sofa und füttert seine Enkeltochter. Es sind Bilder aus einer vergangenen Zeit. Tripolis ist längst von den Rebellen eingenommen. Auf die Hochburg der Gaddafi-Anhänger Bani Walid haben sie bereits eingekreist. Wo der Diktator sich versteckt hält, ist nach wie vor unbekannt. Zuletzt vermuteten die Aufständischen, Gaddafi sei in den Niger geflohen. Doch in einer Audiobotschaft, die im syrischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, dementiert der Diktator die Gerüchte über seine Flucht. Diese seien nicht mehr als psychologischer Krieg und Lügen. Der Aufenthaltsort des Diktators bleibt unbekannt.